Okay, mein Name ist Asmin Kula, ich komme aus Sturbo und ich bin 17 Jahre alt und ich wohne in Nürnberg, Sigmund Strasse. Mein Traum ist Profi werden. Ich wollte gut Fußball spielen, damit sie einen guten Verein finden und Profi werden. Mit welchen Verein spielst du? Ich spiele jetzt bei der Forst-Landesliga. Und wie findest du den deutschen Fußball? Sehr gut, sehr gut. Ich finde den deutschen Fußball sehr gut. Ja. Alles klar. Danke. Danke. Danke.